Sie sind hier, 14. Oktober 2018, 16.53 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, viel Foden gilt als englisches Supertalent, Urheberrecht, Getty Images, Jadon Sanko hat bei Borussia Dortmund voll eingeschlagen. Nun soll der BVB bereits das nächste Juwel von Manchester City beobachten. Jadon Sanko hat bei Borussia Dortmund voll eingeschlagen und ist aktuell der beste Vorbereiter in der Bundesliga, doch bei Manchester City konnte sich der neue Nationalspieler zuvor nicht wirklich durchsetzen. Dasselbe Schicksal fristet aktuell auch Phil Foden bei den Citizens. Der 18-Jährige kommt in der laufenden Saison erst auf 31 Minuten in der Premier League, wie die Daily Mail berichtet soll nun Borussia Dortmund ein Auge auf das englische Mittelfeld-Juwel geworfen haben. Foden bestritt gemeinsam mit Sanko die U17-WM 2017 und durchlief bei ManCity alle Nachwuchs-Teams. Sein Kontakt beim englischen Meister läuft noch bis 2020. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mia